ja wunderschön prächtigen herzlich willkommen bei kraft topia mit dem keul und der servus so wir haben letztens jahr die instanz zu ende gebracht heute würde ich sagen bauen wir mal den teleporter hier so sind komischen gedöhnte da weil wir müssen glaube ich irgendwie aus auf der insel weg und wer so ein transport transport alter ist der name schon begriffen denke ich mal das auf andere inseln irgendwie können also davon gehe ich stark davon aus abwarten so gucken ok körper körper leo zack 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 schau mal die fünf acht du scheiße ist ein okkulit voll das riesen hoschie ist das ein riesen wirklich scheiße rum ja ja mach mal sauber was ist denn mit hier los liegt überall scheiße was ist denn mit dir dazu bisher der kotenasche von uns beiden wie das mich an fertig ja nicht doch mal so ist noch kurz die kacke einlagern mach mal mehr die frage in welcher kiste so kleine kisten kannst du das mal erklärt weil es wir bisher nur kleine kisten machen kannst im alter gucken ob wir irgendwie mehr größere gibt ja man muss die dinge alle lernen die jetzt hier noch drin sind oder natürlich ach das ist nicht dein ernst ja doch du musst jeweils lernen und dann scheiße das weiß ich freie x oder was weiß ich wie viel rein freiheit na ich weiß nicht wenn jetzt eins freischalten wie viel dann dort sind okay ich war hier ist meine kiste ich versuche jetzt einfach kannst du eins machen kannst du mal gucken kannst du die einzelne sachen so gesehen bauen weil weizen haben wir ja soweit alles im detektor kann es auch ohne probleme bauen und körper steht halt na ja ja genau da bin ich jetzt dran so kopp mal koppel 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 steht so das habe ich wo gibt es so kann ich im weizen herstellen da einen topf auch dort hat man den altar mal an ja 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 da ist eine insel level 8 ok passt ok leck mich leck mich leck mich leck mich nein ach du scheiße ich möchte das nicht was denn es sind sehr viele inseln 1 1 1 1 1 1 1 1 122 ne 11 10 10 121 inseln gibt es super ja dann viel spaß ne ja 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 und da brauchst du sogar rohstoff um die frei zu schalten kannst du mal gucken ja läuft super was ich ich hab doch diesen detektor gebaut werk bench ja nee doch und ex-serie ok ja sehr gut man was kannst du eigentlich bei die auf den sack gehen ja das tust du jeden tag was war das denn ja meine musikalische darlegung was ist denn loom was ist denn loom was ist denn loom ist das hier nicht hier gewebe bei hier und scheiß oh gott oh nein brütt im pfond plant zieht extraktor weil das ist hier so ein brunnen Farming Plot, ja ist das schön. Was haben sie denn für ein Problem? Ja kein Problem, du kannst jetzt so ein Farming Gedönse bauen. You can create a new life by mating two animals. Livestock Farm, milk, egg and other power from your livestock, there are so many items you can obtain from keeping livestock. Da wie Mario so ein Livestock Scheiß, Drying Rack, oh ich kann aber Trockenfleisch machen und sowas. Oh Gott, wir sind hier in Raffi, wir können Bioethanol machen. Cool. A large pot can cook anything. Okay. Was für das Ding. Wieso kommt nicht so viel? Ich habe hier irgendwas gebaut. Ja. Ich weiß nicht was das ist. Ich auch nicht. Wood Plank Drone Base. Oh hier sind jetzt die Kisten. Was sind denn jetzt? Da gibt es Stahl gibt es noch. Ey. Oh. Was ist das denn für ein Scheiß wieder? Ich weiß nicht, habe ich gefunden. Es aussieht uns klar. Mach das mal. Oh. 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 Da ist die Waffe. Oh leck mich. Ey. Ich drücke euch euch alte 4. Nein. Oh. Oh hier. das sieht ja cool aus was machst du denn schon mal? black light armor from man oh soll ich uns mal eine tasche noch basteln? wenn das, ich weiß ja, kannst du gleich wieder uns angucken das sieht aber, das sieht geil aus obwohl der hier eigentlich besser wäre da gibt es bestimmt hier eine neue Hüte Pferdekopf, alles klar aber wo kann ich mir denn jetzt wo? zum geier baue ich mir die die kopfritter bedeckungen da gibt es ob ich schon einen kopf oder auch nicht oder auch keine Ahnung kommen wir hier renaissance scheiße das ist bestimmt gold ja gold alles klar diese Stufe ist gold fickt euch doch ey oh colored glas ja nice machen wir gleich mal welche von sand raus du flaschenkind ja was macht denn jetzt hier dieser wund hugo hier der was der eierkopf hier keine ahnung ey will ich mir sein wissen? wo soll ich das denn wissen? ja guck mal oh ist das ein einhandschwert? blue walls das sieht aus wie von sword art online die waffe da sei so eine blue walls irgendwie sowas in art keine ahnung ja alt ist voll die geilen waffen ey ja oh titanium wie kriegen wir denn titanium ja alter woher soll ich das denn wissen? man müsste eine instanz bestimmt machen so also von mir aus können wir dann wenn du genug gehalten hast nee ich brauche erstmal essen noch mitnehmen so platz für inventar brauchen wir äh scheiße ich hab da bestimmt hier von diesen dingern irgendwo diese was dann? da waren auch so Hörnchen wo sind die denn hin? was für Hörnchen? ja ich hab so Hörnchen aufgehoben da hab ich die noch im inventar welche Hörnchen meinst du? ich weiß oder meinst du diese fangen oder was? ja ja die habe ich ich habe auch verschiedene sorten von den Hörnern hier welche brauchst du? Ivory steht hier dabei Ivory and Ivory have I believe hab ich nicht hm ja was willst du bauen? welches ding? ja die das kleinste die kleinste tasche wollte ich bauen ne 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 das stinknormale ne hab ich nicht hm egal lass mal auf die nächste insel gehen bevor wir rumeiern hier mhm woher besser? ne ich hab schon eins geholt so erstmal kurz was snacken so oh scheiße ich will gar nicht wissen was auf der insel hier ist ja da kackt mir noch einer in die hand bitte nicht so doch n 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 so oder ist so fetter drache schildkröte und alligator ach du scheiße ich schätze mal mit alligatoren rum oder nur kurz der galla packer schildkröte mitnehmen ach du scheiße oh gott alte halten nicht viel aus holy shit da fast wie so ein kleiner miniboss ja krokodile ist es aber nicht also wie soll ich so ein schildkröte knacken ich habe so eine silber ding geholt ist das was wir jetzt gerade abgebaut hast ja quasi krokodile sich verpissen wir was essen alles noch kuppe 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 oberst hier ist auch die erste instanz aber da gehen wir nachher rein gucken wir uns noch was noch so alles gibt soll ich noch fahren oder soll ich es lassen ne fahren ruhig oh hier ist gold aber das kann ich nicht abpacken oder ja level 6 was weiß ich habe hier haben wir glaube ich was denn instanz ist das das meine ich nicht da war eben so ein komisches angekipptes ding so kommt so stein ok also kommen da ist da ist ja so ein schwebender penner da oben die luft da in die richtung wo ich gucke da oben rechte maus klick noch lieber die axt dafür geht gar nicht was du kannst da nicht auf alles auch mit der mit der links drauf haben mit der axt will ich du siehst mich hier du siehst mich nicht du siehst mich nicht er hatte ich gesehen ja muss kurz wechseln ich machen kaputt entspann nicht ok das ist jetzt machen die idioten auch noch skills als ich drehe am rad bist du denn schon wieder oh gott sei dank aber schöne geile wüste kann ich das schlachten hier kommt richtig schön gut leer du machst das nur ich gehe mal kurz zur kiste ja ja ich mache das auch ich brauche dich nicht ich gehe mal kurz vor schläger wie gut dass ich davon keinen schaden an mir machen ach so nur stein grüß grüß was ist das denn für eine farbe fünf grüß grüß ich bin gespannt wenn wir jetzt auf die auf unsere insel zurückgehen ob das sich alles respawn hat von den ganzen eisen dingern da bin ich ja mal gespannt kann man gleich mal gucken ob das mit dem mit dem hier jetzt passt was der heilung das jetzt geht ich habe voller p kaktos kaktos Kamelhackse Ja, Krokos Oh, eine schöne Waffe bekommen. Besauert 200 wahrscheinlich, ne? 20, 103 Okay Oh Gott, wo bist du denn hingelaufen? Ja, auch zur Insel halt Oh, wie ein Titanium Weeeee 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 Eisen Oh, ne Silber ist das Oh, sehr viel Silber Und sehr viele Krokos Ja, ja, Kroki Bin gleich da Lass sie kurz abbauen Und dann Lava mich nicht voll Lava mich nicht voll Lava mich nicht voll sagt er Ah, Stil Oh Gott Ne Nicht? Ne Doch Hä, nein Oder? Ich hab grad auf Mal nochmal Ja, ich hab da Abklingzeit drauf Mach hin Ja, 16 Sekunden Boah Ah ja Ist ja nichts für Was denn? Let's Let's grau klaus also du hast eine neue magie genommen oder was ja ja warte mal kurz was nachgucken hier ist das über uns neu was ist das sind kann man dann nach oben fliegen oder was da ist genauso ein blauer punkt in der mitte ach du scheiße muss papa wieder alles machen ja ja quatsch alter ich muss selbst was kannst du eigentlich diese kaum ist papa hier wir müssen mal zurück ich habe so viel iron ohne ganzen schmuh dabei neue waffen du musst es dir selbst machen das ist wie groß ist ein alter verwalter was machst du denn da ich bin ja ich blockiere ich sag dir so ja ja ich hab dich ja denk mal drüber nach wenn du mich hast brauchst du keine feinde ich weiß ja schneller was hast du gesagt bauern schnitzel ja koppeln scheiße weiß noch was noch brauchen aber jetzt nehme ich den ganzen kupfer klim sie bin sie mit ich habe ja keine super silber axt wie mein götter gatte ja selber schuld aber wie stark ist eine waffe eigentlich und haben auch darum zu fressen ist mal gucken achte 80 beziehungsweise pfeil 100 was auch immer das heißt und mtk 80 auf 100 ja du machst ja machst du zwei hand oder nicht warum soll ich hier meine waffen gegeben ja hier ist eine stadt ort dass ich noch so fett eine giraffe bewegt sich der drache hier was soll ich das denn machen ich komm hier gar nicht hoch das holz oder was das holz oder wie komischen knochen drachen hier das holz oder wie kann man waffen und so ein scheiß bei dem typen kaufen da nehme ich mal so eine ring weil na wer so wir klicken das holz oder was was teuer die sachen cool wir klicken schneller ist hier noch irgendwas oh 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 Ich muss kurz den Tektor mal ausmachen, das Ding nervt. Schön ruhig, tut das gut. Alter, wie groß ist das denn hier? Junge Mutti. Was für eine Aussicht, kann man richtig schön, wie man Lenz, egal, mich nervt das nicht? Die Klappe, was sind das denn für Dinger hier? Hä, was soll denn hier rauskommen? Sulfur. Ach du Scheiße. Ja, das werden wir wahrscheinlich brauchen. Sulfur ist das nicht? Schwefel? Mhm. Wurde gerade Schnitzel sagen aber. Denkst du dann nur ans Essen? Ja. Ja. So traurig wie ich wegen dir bin, kann ich mir ans Essen denken. Das ist das einzigste Erfolgserlebtnis in meinem Leben, seitdem ich dich kenne. Sag mal, kannst du mal selber die Scheiße bauen? Ich kann das nicht abhacken nochmal. Du kannst ja anderen Sachen abhacken. Hau mir zu zu gucken, du Schnitzel. Dachpappe. Sag mal, red nicht so. Wo kam eigentlich her? Ja, da wo das Haus steht. Wo steht hier ein Haus? Da hinten auf der Map stand ein Haus. Ah ne, hier ist der Teleporter. Da. Okay. Nicht hier? Nein. Webel kannst du selber abbauen, aber nicht. Nimm mal irgendeine Scheiße. Nimm mal ne Hacke? Ja. Ah, ich liebe den Doppelsprung. Aber hier ist ne Instanz hier oben. Oh, wir stellen jetzt zwei neue Waffen. Uuuu. Er geiert einfach die ganze Zeit die Waffen alle ab. Ja? Du willst ja keine haben, hast du gesagt. Ah, natürlich. Warte mal, ich guck mal kurz. Was sind die neuesten Waffen jetzt waren, ey. Also das macht 145, ach ok, jeweils 145 Schaden machen die. Warte mal. Ähm, 120, 130. Komm mal zu mir, ich werd mal raus. 130. Und hier, das müssten jetzt so gesehen die stärksten gewesen sein mit der höchsten ATK. Ja. Du hast zwei Schwerter an, ne? Ja. Wie mach ich das? Einfach Equippen. Ja ne, eben nicht. Hast du überhaupt dieses Duel Ding? Ja, das ist ja das, was ich schon wissen will. Das hast du geskillt, ja? Das weiß ich nicht. Sag's mir, wo ich es finde. Ja. Wir gehen mal in dein, ähm, sag schon, hier dein Skill Ding auf Z. Ja, bin ich. Dann auf Combat. Combat? Ja. Tier 2. Und dann ganz erst Duel Wild oder Wild, wie man es ausspricht. Nice. Und jetzt kann ich zwei Sachen anziehen. Ja. Sehr cool. Genau. Ui. Kommt der auch mal her. Ja, mir ist eben auch schon so einer hinterher geeiert. Ja, nice. So, was ist denn? Warte mal. Okay, das ist die Instanz. Alles klar. So, dann. Bis da lang. Und links daneben hast du gepinkt. Mach mal deinen Pin mal weg. Deine Ping. Wie mache ich den weg? Was ist das denn? Einfach mit rechter Maustaste? Ah, ja. Oh Gott. Lass mal kurz zum Roten mal rüber. Hui. Was ist das denn für ein scheiß Turm? Ach, du. Nein, 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 nein. da 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 hast du auch leben verloren und dann hast du nicht dass mich immer drauf donnern bist du oh scheiße was das was war das was war das jetzt was aufgehoben ich dachte wäre in irgendein event gekommen ich hatte gerade schiss gehabt meine fresse was war das denn pillar of world heritage special item kann man was zum craften nutzen dann ist das bestimmt hier auch noch so ein turm ding buffalo bills hier hallo ich glaube nicht weg du penner hallo der macht liebe mit dir ja dann macht ihr ramburg mit mir oder gar viel leder das gibt aber sehr viel selber hier insel habe ich denn schon 185 selber habe ich hier da ist noch sehr viel mehr du kannst da rein kritisch eins machen wenn du willst du kannst du mal eine schmiede hinbauen irgendwo und kann es mal einschmelzen lassen macht doch keinen sinn wir müssen sowieso jetzt erstmal zurück ich habe auch die taschen voller klimsi bimsi aber alles ist bei mir voll okay dann gehen wir gleich in die stadt zurück ich will kurz das hier ich glaube auch nicht dass man sich auf jeder dinge niederlassen kann oder ich weiß ich habe nur was irgendwas von kisten gesehen gehört ich weiß gar nicht mehr glaubt gelesen das mal ist kisten gefunden auf jeder insel das dann halt rüber holen kann und sowas ich bin mir aber da nicht mehr so sicher so wollte zurück noch na gut ja okay und seine kiste hier gut zurückkommen genau das ist gerade mal level 8 hier alles ne also laut insel beschreibung irgendwie ab 8 oder ist jetzt schon so eine krise du hast der krise ja man ja 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 send in game data das ist sehr schön für dich interessiert mich aber nicht so erstmal einschmelzen hier den ganzen schmodder gut hundert ja ein bisschen ist das dann so was dann das ding hier aufheben davor das glas hier weil ich auch keinen platz gut ja dann wäre es das mal gut dann würde ich sagen bedanke mich fürs dabei sein wünsche euch wunderschön brechen und sage schön und bis zum nächsten mal tschüss 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 Vielen Dank.